Was ist eigentlich dein Problem? Was genau ist dein Problem? Nicht jetzt so zwischen uns, sondern du mit dem Alkohol. Darum geht's heute im neuen Video. Ja moin und herzlich willkommen zur neuen Folge slash neuen Video. Also herzlich willkommen auch im Podcast von Nüchtern betrachtet. Und die Frage ist ganz ernst gemeint, was ist dein Problem eigentlich? Also was genau ist dein Problem eigentlich? Und ich möchte auf mehrere Dinge hinaus heute, aber ich weiß nicht, ob du dir diese Frage eigentlich schon mal gestellt hast. Also ausgehend jetzt davon, du bist ein Mensch, der von den 70, 80 Prozent da draußen, die riskant trinken, die noch funktionierend trinken, die noch so im Leben stehen, so halbwegs. Und sich irgendwie wenig damit beschäftigen, was der Alkohol so für sie ist, was das so macht, warum die das tun und so weiter. Da würde ich dich einfach gerne mal fragen, wenn du dazu gehörst. Was ist dein Problem? Warum trinkst du? Und was ist dein Problem mit dem Alkohol? Warum hörst du nicht einfach auf? Klingt total simpel, aber ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Überprüf gerne mal, wann hast du dich das zuletzt gefragt? Und vor allem, hast du da eine Antwort drauf? Hast du eine fundierte Antwort, die, naja, auch standhält auf mehrere Nachfragen oder die standhält, wenn du mal wieder in Versuchung kommst? Falls du nicht gerade eh schon in Versuchung gekommen bist, dass du vielleicht jetzt hier gerade sogar schon wieder mal mit einem Getränk guckst und hörst, man weiß es nicht. Ich möchte da drauf raus, weil ganz oft gibt es einfach die simpelsten, aus meiner Warte, die simpelsten Fragen, auf die man in Bezug auf Alkohol keine Ahnung hat, beziehungsweise keine Antwort. Tag 1 im Drum 1 zum Beispiel, damit es direkt auf die 12 geht, wird auch gefragt, was ist Alkohol für dich? Auch das sagt fast jeder Mensch, mit dem ich spreche, oh, das ist aber eine gute Frage. Und dabei, finde ich, liegt die total auf der Hand. Was ist Alkohol für dich? Warum nutzt du den? Warum trinkst du den? Und warum kommt es so weit, dass du jetzt hier dir was anhörst, was anguckst, zum Thema Alkoholsucht? Es kann ja kein neutrales Verhältnis mehr dazu sein, also muss ja irgendwas damit passiert sein. Und wieso hast du dir diese Frage noch nicht gestellt? Falls du sie dir gestellt hast, bist du einer von den wenigen, das erkenne ich dann neidlos an, aber in der Regel ist es ohne. So, und ich habe, um mal so ein bisschen wieder aus eigener Erfahrung zu plaudern dazu, wenn ich das heutzutage beantworten würde, was früher mein Problem war, Dann, wie gesagt, ich weiß nicht, wer es kennt, ich habe in meinem Buch ganz am Anfang so meinen Werdegang ja beschrieben, also raus aus der Alkoholfalle. Da habe ich ja beschrieben, wie das so angefangen hat, wie ich da reingerutscht bin, wie das mehr wurde, mehr, mehr, mehr und mehr. Und ganz am Anfang habe ich da auch geschrieben, dass ich da mal so unter Hyperhydrose gelitten habe, das heißt, sehr viel geschwitzt habe. Das war so zur Sturm- und Drangzeit, so mit 17, 18, halt einfach nicht schön. Und damals war noch nichts mit Internet und dann war das natürlich peinlich, weil du wächst ja gerade jetzt in deinen Körper rein und so weiter, also keine Antworten dafür gekriegt, aber es war einfach nicht schön. Und das ist wirklich übermäßige Schwitze, also so, dass dich das wirklich beeinträchtigt. Und dann versuchst du natürlich auch in dem Alter so ein bisschen mit einem anderen Geschlecht das erste Mal irgendwie so anzubundeln. Ja, waren damals noch andere Zeiten, ich bin ja Baujahr 81. Und trotzdem, es hat einfach gestört bei ganz vielen Dingen. Und was ist dann passiert? Ich habe irgendwie gemerkt, weil wir haben relativ viel als Clique getrunken und haben viele Tage unter der Woche getrunken, plus Bandproben und so weiter, aber auch das habe ich alles im Buch beschrieben, habe ich dann irgendwann gemerkt, wenn so ein gewisser Pegel mit Bier damals noch erreicht war, dann höre ich auf zu schwitzen und dann fühlte ich mich wohler. Dann wusste ich irgendwann, ach guck mal, ich musste heute gar nicht mehr darauf achten, jetzt kann ich mich ja frei bewegen. Und das war natürlich Tür und Tor geöffnet für positives Gedankengut zum Thema Alkohol. Also, unterm Strich gesagt, hieß das sowas wie, der Alkohol hilft mir. Es war eine Situation, die ich nicht haben wollte und kaum habe ich aber genug getrunken, war das weg. Ich wusste damals nichts davon und der Alkohol war nie negativ besetzt. Es war ja eher so, Alkohol ist cool und das macht man und jeder macht das und wenn man immer eine Chance hat, darf man die auch nutzen und dann zählt man zu den Coolen und der ganze Kladderadatsch, wusste ich damals nicht besser. Ich wusste natürlich aber auch nicht, dass das irgendwie in mir dann so eine Art von, naja, positiven Gedanken an den Alkohol schürt und ich so einen ersten positiven Trigger quasi intus hatte, intus als Wortspiel jetzt. Das Ding nenne ich aber nur, weil das ist ein typisches Muster, dass es irgendwann, wenn man jetzt nicht irgendwie, weiß nicht, aus einer suchtbehafteten Familie kommt, das nicht komplett vorgelebt bekommen hat, man nicht irgendwie ein Trauma oder irgendein sonst ein Erlebnis hatte, wo man so langsam reinrutscht in den Alkohol, dass es mit solchen kleinen Dingen passieren kann. Also mit, naja, positiver Stimmung gegenüber oder halt diesem Gefühl, der Alkohol hilft mir. Und um auf die Frage zurückzukommen, was ist der Alkohol für dich, hätte ich wohl damals geantwortet, ja der hilft mir ja, guck mal, das ist ja ein entspannter Abend oder ich fühle mich dann geselliger oder ich muss mich weniger verstecken oder ich muss weniger auf irgendwas achten und wahrscheinlich habe ich mich damit sogar freier gefühlt. So, aber habe ich natürlich damals nicht definiert, nicht darüber nachgedacht, ja eigentlich dazu gar keine, überhaupt gar keine Gedanken gehabt, sondern es einfach gemacht, gemacht, gemacht und Alkohol war halt einfach normal. So doof das jetzt aber auch klingt und so vielleicht an den Haaren herbeigezogen das klingt und da ist jetzt viel Zeit dazwischen, ist es am Ende bei mir ja aber so gewesen und das bringt uns zur Eingangsfrage, was ist dein Problem? Mein Problem war, dass mein Leben langsam immer weiter vor die Wand gefahren war, natürlich auch wegen Alkohol, aber auch so grundsätzlich, wirtschaftlich, sozial, ganz, ganz viel. Ich habe mich nach und nach immer mehr von abends runterfahrend bis morgens getrunken, also erst 17, 18 Uhr rum, dann irgendwann um 14 Uhr, dann irgendwann morgens und so weiter, weil ich immer mehr versucht habe, mich vor dem realen Leben da draußen irgendwie abzunabeln und dann nicht mehr teilzunehmen, weil da draußen lauerte ja der Beweis, ist, dass ich mein Leben vor die Wand fahre und so und da hätte auch der Beweis gelauert, dass ich ja ein Alkoholproblem habe, das wollte ich ja natürlich nicht wahrhaben. Also habe ich mich ja irgendwie versucht davor zu schützen und deswegen musste ich natürlich, oder hat es nicht mehr gereicht, dass ich nur abends trinke, sondern musste quasi den ganzen Tag trinken, so, weil erster Gedanke morgens war natürlich, oh, 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 irgendwie irgendwas stimmt hier nicht, aber ich muss auf Pegel kommen, damit ich das vergesse, dass was nicht gestimmt hat. Und nur, um das irgendwie in Perspektive zu bringen, ich habe am Ende die ersten zwei Gläser, die ich mir mit einer harten Mische morgens gemacht habe, also bei mir war es ja dann Wodka mit so, was weiß ich, was ich da hatte, mal war es Mezzo-Mix, mal war es so Iso-Getränke, mal war es irgendwas, was irgendwie Geschmack hatte, weiß ich nicht, aber die ersten zwei Gläser mit einer harten Mische wusste ich, die kommen mir wieder hoch. Und ich habe auch schon deswegen strategisch nichts mehr gegessen, weil wenn es mir hochkommt, dann ist das irgendwie leckerer, wenn nichts dabei rauskommt. Heißt also, ich wusste ja, das passiert und ich wusste, dass morgens mein Zittern kommt. Wusste ich, habe ich aber natürlich nichts daran gemacht, weil die Angst vor diesem realen Leben da draußen war halt größer. Also habe ich immer noch gedacht, der hilft mir in irgendwas. Und jetzt, deswegen habe ich soweit ausgeholt, ist das die Verbindung zu dem Anfang, den ich gerade meinte, damals relativ unschuldig gemeint. Der hilft mir beim Nicht-Schwitzen, beim Sozialerwerden, beim Anbandeln mit dem anderen Geschlecht und so weiter. Das war so diese unschuldige Hilfe und später war es eine schon sehr, sehr den Bach runtergegangene Hilfe. Aber es war im Prinzip das gleiche Grundgefühl, dass ich immer noch dachte, weil ich den Alkohol nicht hinterfragt habe, dass der mir hilft. Und genau deswegen frage ich dich, was ist denn dein Problem eigentlich? Und was ist das, was du im Alkohol siehst? Wie gesagt, im Dry Mind Programm, Tag 1, was ist der Alkohol für dich? Was ist das? Und wenn du jetzt die Frage gestellt bekommst, was ist dein Problem? Dann ist die Frage, du bist jetzt, wie gesagt, angenommen hier gelandet und hörst das und siehst das, weil du ein Alkoholproblem hast oder davon ausgehst. Du hast eins oder du willst aufhören und so weiter. Das ist also nicht wertfrei, sondern du hast dir ein Problem selber geschaffen mit Alkohol und das ist irgendwie da. Ob das dir dazugestehen willst oder nicht, aber wir sagen mal, der strebt im Raum und ist da. Dann wäre es sinnvoll, sich damit zu beschäftigen, was ist der denn für dich? Also, der hat ja schon einen großen Raum bei dir im Leben eingenommen und du hast dich aber damit noch nicht beschäftigt. Du hast scheinbar, falls du in eine ähnliche Kategorie fällst wie ich mit diesem Helfen damals, hast du den Alkohol ja deswegen genommen, weil du dir irgendwas davon erhoffst. Und das, sag ich dir in jeder Folge hier und in jedem Video, musst du definieren. Wenn ich dich jetzt frage, was ist dein Problem? Warum trinkst du denn? Was ist deine Realitätsflucht? Um mein Beispiel aufzugreifen. Was ist das denn bei dir? Da können jetzt die wildesten Klamotten kommen. Und das ist wirklich sehr individuell, aber mir geht es nicht so um die Details, was dich unterscheidet, sondern mir geht es halt so um die Gemeinsamkeiten, was dahinter steckt, warum das dahinter steckt und dass diese Hilfe, die der Alkohol einem anbietet, der eigentlich keine ist. Wenn ich dir jetzt erkläre, dass ich gedacht habe, der hilft mir beim Ausblenden, der hat mich tagsüber sicherer fühlen lassen. Ich habe irgendwie weniger Sorgen gefühlt oder ich wollte den Sorgen nicht ins Gesicht gucken und so weiter. Dann kannst du jetzt mit so einem Abstand von außen mit Sicherheit die vernünftige Brille aufsetzen und rausfinden, dass ich, was ich da gemacht habe, war nicht so richtig zu Ende gedacht. Also wenn ich schon sorgenfrei sein wollte oder keine Probleme haben wollte oder keine Ahnung, eine gewisse Entspannung haben wollte und ich derweil aber das Leben immer weiter vor die Wand fahre, dann ist das eine Gleichung, die nicht aufgeht. Und das wusste ich aber nicht, weil ich mich nie bis zum letzten Tag, als ich aufgehört habe und damit beschäftigt habe, was der Alkohol so ist oder dass ich ein Problem habe, habe ich mir nie eingestanden. Wie gesagt, du bist jetzt hier, du hast die Chance, das früher zu tun als ich und du musst gar nicht erst so weit kommen. Deswegen, was ist der Alkohol für dich? Was ist das Problem? Und wenn du ein Problem definieren kannst, dann würde ich gerne mal in Frage stellen, ob das wirklich so wichtig ist wie ein Leben vor die Wand fahren. Ist jetzt irgendwas, was du an Sorgen hast? Irgendwas, von dem du denkst, das kannst du nicht stemmen oder dafür bist du nicht gemacht, dem bist du nicht gewachsen und so weiter. Ist das wirklich so viel wert und so schwierig, dass du dich in den Alkohol verlierst? Oder zumindest dafür sorgst, dass du immer weiter in dieses Muster reinkommst? Ist es das wert? Wäre es nicht irgendwie von außen gesehen einfacher, sich irgendwann damit mal zu beschäftigen, mit dem, was einen bedrängt und das dann zu ändern? Ich weiß, der Alkohol ist super trügerisch und der wickelt dich ein und der erzählt dir ganz, ganz viel von dem, was du hören willst und der sucht dir immer die Abkürzung. Der verschweigt dir aber halt auch, dass diese Abkürzung halt eigentlich ein horrender Umweg ist, was du dir wahrscheinlich eh denken kannst, vor allem, falls du dir schon öfter gehört und gesehen hast, was im Endeffekt nachher dabei rauskommt und dass es für mich schwieriger war, aus einem komplett vor die Wand gefahrenen Leben wieder klarzukommen als aus einem nur halb vor die Wand gefahrenen Leben wieder klarzukommen, ist rechnerisch auch irgendwie nachvollziehbar. Also es wacht keinen Sinn, was der Alkohol dir da versucht zu verklickern und du kannst das kontern, indem du einfach mal nachfragst und das nicht einfach überlässt. Ich plädiere ja eh dazu, werde bitte aktiver und werde nicht komplett passiv eingelullt vom Alkohol, sondern versuche ein bisschen nach vorne rauszugehen und fronte den mal, wie man so im Englischen sagen würde, fronte mal den Alkohol und frag den doch mal, was der überhaupt zu antworten hat. Klär mit dir, was ist dein Problem, was ist dein wirkliches Problem, was dich in den Alkohol treibt und definiere mal bitte für dich, was der Alkohol für dich ist. Und das bitte, bitte, bitte handschriftlich und nicht einfach nur im Kopf, nicht irgendwie nur ausgesprochen, nicht irgendwo reingetippt, sondern bitte handschriftlich, weil das ist was ganz, ganz anderes und du zwingst dich zur Wahrheit und zu, naja, Ruhe beim Antworten und, so doof das klingt, aber es ist wahr, man bringt es auf den Punkt. Also keine Stichworte, sondern wirklich ausformulieren. Das bitte mal machen. Wer es teilen will, gerne in die Kommentare, sowohl beim Podcast als auch bei YouTube. Ihr könnt natürlich das Ganze auch einreichen bei drymind.de slash deine minus Frage. Auch da könnt ihr das einreichen. Ihr könnt generell da auch gerne Dinge schreiben oder einreichen, wenn ihr diese Themen mal beackert haben wollt. Ich hoffe, dass das genug Gedankenanstoß für diese Woche war. Es bringt nichts, wenn du jetzt weiterhörst, weiter guckst, was auch immer, sondern jetzt wäre so ein Punkt zum Umsetzen. Genau jetzt. Stell dir diese Fragen mal, weil ich kriege ganz oft Nachrichten, dass Menschen, wie gesagt, das halt abends hören oder wenn sie schon irgendwie, ich sag mal, belemmert sind, dann das gucken und hören und dann noch eins und noch eins und dann denken, ja, der hat ja schon recht, aber es wird halt nicht umgesetzt. Und deswegen, ich habe das letzte Folge schon gesagt, bitte unbedingt umsetzen und deswegen, bitte machen. Alle Infos, wie immer, zum Drymind-Programm sind eingeblendet beziehungsweise findest du unten drunter. Brandneue Version ist da von draußen, 20 neue Module, nicht Module, sondern 20 neue Lektionen, zwei neue Module, komplett neuer Community-Bereich, alles da. Testversion ist komplett neu, läuft nicht ab, kannst da reingucken, ist alles für dich da, es gibt ganz, ganz viele Gratis-Inhalte und so weiter. Guck dich einfach um und komm bitte einfach in die Umsetzung. Mach das bitte. Ansonsten, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich verbleibe bis dahin, wie immer mit den letzten Worten. Das heißt auch heute, Tschüss. 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 Vielen Dank.